Schönen guten Morgen miteinander und wie geht es euch an diesem Freitag? Wie gestern und heute noch an diesem Jan Trift rumschneiden. Aber wir sind auf der Zielgerade. Es kommt gut. Es hat einen guten Vibe. Das macht mir immer wieder Freude. Gestern habe ich noch mit verschiedenen Leuten telefoniert. Mit meiner Lieblingsbegleitperson wieder einmal ausführlich. Und heute habe ich auch wieder Videocalls. Mal schauen. Und dann einfach ein wenig am Wochenende einrufen. Ein wenig herumbambeln. Vielleicht einen Film schauen. Was mache ich dir? Am Wochenende habt ihr schon Pläne. Und ja, bleibt mir nicht mehr zu sagen. Bleibt gesund, bleibt fresh und bis morgen. Tschüss zusammen.